Hey Kinder, was geht bei euch ab? So gut wie alle von euch wissen ja, dass es aktuell auf Twitch wieder ein Knife zu gewinnen gibt. Bei diesem Giveaway geht es um ein Huntsman Knife Stained. Das lief jetzt einen ganzen Monat lang, das heißt man konnte in diesem Monat die Bubble-Dollar, also unsere Stream-Währung, sammeln durch reines Zuschauen des Streams, um bei diesem Giveaway mitmachen zu können. Heute endet das Giveaway und es werden drei Tage folgen, in denen die Streams auch an sein werden und da könnt ihr dann für dieses Knife reinentern, also euren Namen auf der Liste der möglichen Gewinner platzieren. Die drei Termine für die Änderung in das Knife sind folgende. Am Freitag, also jetzt dann halt morgen, ab 22 Uhr geht der Stream los. Am Samstag werde ich gegen Mittag streamen und wahrscheinlich auch abends nochmal. Ich kündige das natürlich alles wieder auf Facebook, Instagram, Twitter und so weiter an. Also jeder einzelne Stream wird extra angesagt und der dritte ist dann nächste Woche Dienstag wieder um 18 Uhr. Das heißt wir haben Freitag ab 22 Uhr Samstag über den gesamten Tag verteilt und am Dienstag nächste Woche drei Termine, an denen ihr reinentern könnt für das Knife. Das heißt ihr kommt einfach in den Stream, gebt Ausrufezeichen Enter ein und schon steht ihr drin, sofern ihr genug Bubble-Dollar habt. Also wer noch nicht genug Bubble-Dollar hat, kann natürlich, wenn er schlau ist, am Freitag, am Samstag noch Punkte sammeln und dann eben am Dienstag letztendlich in das Giveaway reinentern. Für alle, die sich jetzt sagen, was, wie, Knife-Giveaway? Habe ich da noch irgendeine Chance jetzt einzusteigen mit Null, weil ich noch nie im Stream war? Da wird es höchstwahrscheinlich schwierig, aber natürlich könnt ihr jetzt schon fürs nächste Knife sammeln. Wer an diesem Knife-Giveaway nicht mitmachen kann oder teilnehmen kann, kann also einfach, ja, schon mal rankommen, um dann fürs nächste Knife am Start zu sein. Unsere Stream-Währung, also die Bubble-Dollar, werden noch nicht resettet. Die sind einfach durchgehend da und sammeln sich immer weiter an, wenn ihr halt da seid. Ihr wisst ja auch, dass es in allen Mainstreams Giveaways gibt. Also heute wird es auch wieder eins geben, bei dem dann auch eben alle mitmachen können, auch wenn man gerade heute das erste Mal einschaltet, kann man da dann teilnehmen. In den Streams spielen wir auch gemeinsam, also Matchmaking oder Gary's Mod oder Apex oder sonst was. GTA müssen wir bald mal wieder machen. Da wollten wir auch wieder reinschwitzen. Und es gibt im Stream jede Menge Minigames, die ihr im Chat starten könnt, also eigene kleine Minigames wie Gamble und so weiter. Oder ihr könnt euch bekämpfen im Chat, pipapo. Dann murmeln wir manchmal, das ist auch so eine Art Minigame. Da bekommt ihr dann eine Murmel zugewiesen und die rollt und dann könnt ihr halt einen Platz belegen über eine Murmelbahn. Es ist immer eine ziemliche Gaudi, die wir da betreiben und natürlich freue ich mich, wenn ihr da mit am Start seid. Die festen Streamzeiten sind jede Woche, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Die Streams gehen immer mindestens drei Stunden, Freitags ziehen wir das Ganze aber meistens einfach Open-End in die Länge mit 5, 6, manchmal 7. Letztens haben wir 13 Stunden gemacht, also ja, Freitags ist es immer Open-End. Hier im Hintergrund habe ich euch wieder ein kleines Deathmatch reingehustelt mit Handicap-Pistole am Anfang. Irgendwann habe ich dann auf Random umgeschaltet, auf Random, ihr wisst schon, Papawäffelchen. War ein ganz nettes Spielchen. An dieser Stelle begrüße ich auch wieder alle neuen Zuschauer, willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet jetzt bereits schon einiges an Spaß hier auf dem Kanal und werdet auch in Zukunft viel spaßige Videos und eben Unterhaltungsfels finden. Einige haben mich gefragt, ob ich ein kurzes Resümee über Apex, also über den Erfolg von Apex auf unserem Kanal hier berichten kann. Apex läuft sehr gut, wir bekommen richtig viele neue Zuschauer rein, man sieht auch, dass wir ein Abo-Gain wieder haben. Die Videos an sich steigen zwar erst nach ein paar Tagen dann ganz gut hoch, vor allem der Bloodhound-Guide ist schon auf 1500 oder fast 2000 Aufrufe gestiegen, das ist echt krass. Solche Guides sind halt immer erst mal am Anfang etwas kleiner, die Tutorials, die sammeln dann erst über die Zeit halt Klicks, Kommentare und so weiter ein. Es freut mich natürlich, dass es so gut läuft, ich habe Sorge gehabt, dass es vielleicht nicht angenommen wird, aber ja, so wie es eben rennt, kann es gerne weiter rennen. Die Guides sind ja jetzt fast alle fertig. Ich glaube, es fehlt noch Mirage und das war's. Dann werden einfach auch so wie in Counter-Strike eben Runden kommen, einfach zusammengeschnitten, lustig und hin und her, Level Up, Case Openings oder Skins zeigen, wie auch immer. Das wird eine lustige Sache, ich bin auch sehr gespannt auf die kommenden Updates in Apex, aber auch in CSGO, da ist jetzt ja scheinbar wieder irgendwas angekündigt, also munkelt man. Ich habe natürlich wieder nichts mitbekommen, beziehungsweise das ausschließlich im Stream gesagt bekommen, von wegen, hey, hoffentlich kommt jetzt dann die Operation die Tage. Hm, hoffe ich auch. Und noch ein kleines, aber feines Wort zu den YouTube-Giveaways. Also ich werde in Zukunft, denke ich, nicht mehr auf die Frage antworten, ob jetzt das Gifu-Way schon aufgelöst wurde oder nicht. Ihr könnt es zwar schreiben, wenn ihr wollt, wenn ihr glaubt, ich habe es vergessen, aber seid euch dann bitte zu 100% sicher, dass ihr alle Videos seit dem Gifu-Way auch gesehen habt. Die letzten paar Tage habe ich immer wieder geschrieben, ja, wurde schon aufgelöst, ja, wurde schon aufgelöst. Und dann fragen die Leute noch, wo? Hier auf dem Kanal. Es geht ja schlicht und ergreifend um Aktivität, das wisst ihr. Und wenn dann schon diese Fragen kommen, und das sind wirklich einige, das sind keine Einzelfälle, dann kann ich mir ja doch sehr sicher sein, dass diese Herren und Damen nicht so aktiv auf dem Kanal sind, wie sie vielleicht vorgaukeln. Oder dass sie halt wirklich gerade ein paar Videos nicht geschaut haben. Aber in dem Fall würde ich halt auch als diese Person nicht fragen, ob das schon, ja, schon gesagt wurde, weil ich die Videos ja erstmal nachholen muss, um zu gucken, ob es nicht schon gesagt wurde. Oder wisst ihr, was ich meine? Kurzum, da die Giveaways gerade hier auf YouTube auf Aktivität aufbauen, werde ich diesbezüglich keine Antworten mehr geben, beziehungsweise nur halt irgendwas Verschleiertes oder wie auch immer. Der Gewinner ist jetzt ja nicht irgendwie versteckt, sondern er wird in einem Video angesagt. Und wer die Videos eben auch schaut, der hat den Trumpf in der Hand. Leute, wir sehen uns jetzt im Livestream. 18 Uhr geht's los, ich hoffe, das Video kommt um 17.45 Uhr. Mal gucken, ob ich das schaffe? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und jetzt genießt es Deathmatch, falls es noch nicht fertig ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht vielleicht sogar zu lang gelabert habe. Haut ordentlich rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Also jetzt im Livestream. Tsch-T-T-T-T-T